Heute zeigen wir mehr als nur einen Ruhrpott-Gürtel. Wir präsentieren ein Stück Geschichte. Im Herzen dieser Kreation ein Stück Kohle, eingehändig von unserem Kunden, aus der Tiefe von 1200 Meter geboren. Ein Symbol harter Arbeit und tiefer Erinnerungen. Mit großer Ehre haben wir diese Kohle in eine Ruhrpott-Stelle eingelassen und einen passenden Lederring gefertigt. Zusammen formen sie nicht nur ein Gürtel, sondern ein persönliches Denkmal. Dieses Meister-Erstück verbindet nicht nur Vergangenheit mit Gegenwart, sondern trägt auch die unerzählten Geschichten und die Essenz der Arbeit unter Tage. Jedes Mal, wenn dieser Gürtel getragen wird, lebt die Verbindung zur Erde und zu den eigenen Wurzeln wieder auf. Ein tägliches Symbol der Anerkennung und Erinnerung, geschaffen und die tiefe Verbundenheit mit der Erde zu Ehre. Ein wahrhaft einzigartiges Werk, das wir stolz präsentieren. Amen. 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 Vielen Dank.